Am heutigen Montag, den 11. Februar, startet das WTA-Turnier im katarschen Doha. Alles was ihr über das Damen-Tennis-Turnier wissen müsst und wo ihr es im TV- und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier. Das WTA-Turnier in Doha, welches 2009 und 2010 nicht stattfand, wurde 2011 wieder in den Turnierkalender aufgenommen. 2012 wurde es zu einem Turnier der Kategorie Premier 5 aufgewertet, ehe es seit 2015 in jedem Jahr die Kategorie mit dem Turnier in Dubai tauscht. Das mit 916.131 Dollar dotierte Turnier wird auf hart Platz ausgetragen. Mit dabei sind auch Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber und Julia Görges. WTA in Doha, die Teilnehmer, Teilnehmer Nation, Ranglistenplatz im Turnier, Simonar, Halep, Rumänien, Einer, Karoline, Garcia, Frankreich, Lesia, Zurenco, Karin, Julia Görges, Deutschland, 9, Elina, Svitolina, Okren, 4, Maya, Ela, Buchan, Esbo, Rumänien, Jelena, Ostaden, Kulet, Lantelai, Exandra, Sasnowich, Weiß, Russland, Sui, Izi, Taiwan, Caroline, Vosniaki, Dänemark, 6, Anastasia, Sevastowalet, Land, 7, Barbora, Strüchawa, Tschechien, Fetme, Alna, Panjoma, Nanet, Kontavii, Testland, Angelique Kerber, Deutschland, 3, Kiki, Bertens, Niederlande, 5, Camila, Giorgi, Italienon, Sjabo, Urtunesien, Carla, Suarez, Navarro, Spanien, Elise, Mertens, Belgien, Katerina, Sinjakova, Tschechien, Karolina, Pilsovka, Tschechien, 2, WTA in Doha, Bann und wo findet das Turnier statt? Gespielt wird im klassischen Turnierbaum-Modus. Was bedeutet, dass in dem Fall mit dem 16. Finale gestartet wird und sich die Dame für die nächste Runde qualifiziert, welche zwei Sätze gewonnen hat? Die Gewinnerin wird am 16. Februar ermittelt. WTA in Doha, die nächsten Begegnungen, Datum, Uhrzeitspielerin, eine Spielerin, 2, Übertragung, 11.02.201, 920.00 Uhr, Babura, Strücher, Wafa, Maal, Napani, der ZN 12.02.201, 9.09.00 Uhr, Kiki, Bertens, Niederlande, Giorgi, der ZN 12.02.201, 9.09.00 Uhr, Mayer, Elabuch, Chanesco, Jelena, Ostapenko, der ZN 12.02.201, 9.09.00 Uhr, Caroline Garcia, Lesia, Zurenko, der ZN 12.02.201, 9.09.00 Uhr, Roncia, Boyer, Carla, Suarez, Navarro, der ZN 12.02.201, 9.09.00 Uhr, Elise, Mertens, Katerina, Sinjakova, der ZN 12.02.201, 9.09.00 Uhr, Aliaks, Andrasas, Novich, Suvai, Hazi, der ZN, Die restlichen Begegnungen stehen nicht fest, beziehungsweise haben die vier gesetzten Teilnehmerinnen ein Freilos, Halep, Kerber, Svitolina und Pliskova. Die Partie von Julia Görges gegen Anastasia Sevostova wurde abgesagt. WTA-Turnier in Doha im TV und Livestream Das WTA-Turnier in Doha wird nicht im Free-TV übertragen. Dafür zeigt der Streaming-Dienst DRZN das komplette Turnier live und exklusiv. Der Streaming-Dienst DRZN zeigt neben hochklassigem Tennis auch Highlights aus vielen weiteren Sportarten wie Fußball, Basketball, Darts oder Football. DRZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann für einen Monat kostenfrei getestet werden. Hole dir jetzt deinen kostenlosen Probe-Monat. WTA-Turnier in Doha Die vergangenen Siegerinnen der letzten 10 Jahre Maria Sieger in Finalistin Ergebnis 2008 Maria Scharapova Vera Sva-Ajuva 6 zu 1 2 zu 6 6 0 2 0 1 1 Vera Sva-Ajau Caroline Wozwiatski 6 zu 4 6 zu 42 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 Zu 42.018 Petra Kvitova Kabine Muguruse 3 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 4.